Die Polizei sucht in Döbeln nach der vermissten 9-jährigen Valeria und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Nachdem das Kind am Nachmittag des 3.6. nicht nach Hause zurückgekehrt war, erstatteten Angehörige eine vermisste Anzeige. Valeria hatte sich morgens gegen 6.50 Uhr auf den Weg zur Schule in der Bayerischen Straße gemacht. Ob sie den Bus der Linie C genutzt hat, ist nicht bekannt und sie nahm nicht am Unterricht teil. Die Polizei leitete sofort Suchmaßnahmen ein, einschließlich eines Pferdensuchhundes und eines Polizeihubschraubers, bislang ohne Erfolg. Valeria ist etwa 1,40 Meter groß, hat dunkelblonde, mittellange Haare, trug ein lila T-Shirt, schwarze Jeans, eine hellturkise Jacke und dunkelblaue, knöchelhohe Schuhe. Sie hat einen rosa Schulranzen und spricht gebrochen Deutsch. Die Bevölkerung wird gebeten, in eigenen Gärten, Kellern, Garagen, Schuppen und Dachböden nach Valeria zu suchen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Döbeln oder den Polizeinotruf 110.